Hi, mein Name ist Gregory Jemaili, ich bin Senior Coach von Lebestark Personal Training. Vielleicht hast du dich mit der Kettlebell bereits auseinandergesetzt und du möchtest dich mehr mit ihr beschäftigen. Wir möchten dir hier gerne behilflich sein mit unserem Kettlebell Einführungskurs für maximal zwei Personen. Unser Coaching ist von der International Kettlebell and Fitness Federation, kurz IKFF, zertifiziert. Das Coaching, welches wir anbieten, fokussiert sich auf den russischen Trainingstil, den sogenannten Kettlebell Sport oder Good Boy Stil. In unserem Einführungskurs lernst du die drei wichtigsten Grundübungen der Kettlebell kennen. Den Swing, den Clean and Press und den Snatch. Klicke jetzt auf den Link, um deinen Einführungskurs bei uns zu buchen und lerne die Kettlebell von ihrer besten Seite her kennen. Wir freuen uns auf dich.